Heute habe ich was ganz Besonderes für dich und zwar möchte ich mit dir in Schulterallignment eintauchen. Wie kreierst du eine Schwebespannung, einen Schwebezustand zwischen Schulterblatt und Oberarm und natürlich auch, wie kannst du dein Schulterblatt an den Nacken, an den Rumpf harmonisch anbinden. Wir werden mit therapeutischen Übungen starten, das Ganze einbetten in eine ganzheitliche Yoga-Praxis und dann eine Ashtanga-basierte Praxis darauf aufbauen, auf den therapeutischen Übungen, die dein Schulterblatt und dein Oberarm in diesen schwebenden Spannungszustand bringen. Mein Name ist Dr. Ron Steiner von Ashtanga Yoga.info und ich bin ganz leicht glücklich zu machen, mit einem Klick nämlich. Du klickst dem Video in Thumbs up und schon lächle ich. Und mein Tipp für dich, klick auch gleich auf Subscribe, weil nur so wirst du Inhalte wie diesen häufiger finden und so deinen Körper und deinen Geist mit gezielten Yoga-Übungen in Balance bringen. Herzlichen Dank, wenn du Teil der i-Community bist. Dein Dabeisein ist notwendig, dass ich Inhalte wie diesen teilen kann. Und wenn du noch nicht Teil der i-Community bist, in der Beschreibung ist ein Link, da klickst du drauf. Ich lade dich herzlich ein, lern die i-Community kennen. Ich bin mir sicher, du wirst dort Freude haben. Aber jetzt übe erst mal mit mir diese Yoga-Stunde rund um Schulter allein mit. Also Therapie und dann der nächste Schritt allein mit. Komm in den aufrechten Sitz. Gib die Hände vom Herzen zusammen. Wir beginnen mit dem Heilmantra aus der Schweta-Spatara-Opanishat. Gleich gemeinsam, wenn du den Text kennst. Aum... Aum... Wenn du so ein Faszienköpfchen hast, nimm dir eines. Ein kleines ist eigentlich besser. Ich habe jetzt hier ein großes. Wenn du keines hast, ist es nicht schlimm. Das geht mit den Fingern ganz genauso. Du nimmst es einfach als Fingerhut. Und wenn du es nicht hast, dann nimmst du einfach den Finger. Das funktioniert genauso. Du setzt dich hinten am Hinterkopf ein und streichst dann den Faszienzug lang bis zum oberen Kante des Schulterplatzes. Und von dort weiter zum Schulterdach und vom Schulterdach weiter in Richtung Arm. Von der Seite zeigen. Ich setze hier ein. Streich nach unten bis zum Schulterdach. Gehe dann nach drüben zur Seite. Und streiche nach unten. Du gleitest einfach mit dem Finger oder diesem Faszienköpfchen. Gehe dann auch mit einem etwas abgerundeten Stift. Und der Faszienlinie nach. Um... Dasselbe machen wir dann jetzt unter dem Schlüsselbein. Schlüsselbein vom Brustbein fährst du unterm Schlüsselbein lang. Und dann hinein in den Oberarm. Du fährst unterm Schlüsselbein lang. Und dann hinein in den Oberarm. Und dann die andere Seite. Auch hier vom Nacken, vom Hinterkopf. So. Angola superior. Von dort. In die Mitte des Oberarms. Hinein. Nach unten. Und dann. Und dann. Und dann hier unterm Schlüsselbein, vom Brustbein, unterm Schlüsselbein lang, auch wieder hier zum Schulterdach und dann folgst du einfach der Faszienlinie nach unten. Die häufigsten Sehnenverletzungen ist die Supraspinatussehne, die Sehne, die hier unterm Schulterdach. Und wenn die mal verletzt war, streichen wir die einfach mit den Fingern oder so ein Köpfchen aus, dass die Verletzungen sich wieder ausrichten, die Kollagenphasen in die gleiche Richtung und das Ganze belastbar ist. Jetzt nehmen wir das Unterdruck, setzen es auf und streichen mit dem Unterdruck denselben Gang lang. Wenn du so ein Ding nicht hast, ist es auch gar nicht schlimm. Du nimmst dann einfach die Finger und ziehst mit den Fingern die obere Schicht ab. Vor allem da, wo du vielleicht eine Verletzung hast oder hattest, also hier am Schulterdach oder unterm Schulterdach ist oft interessant für viele. Aber auch wenn du sagst, die Schulter hatte ich noch nie was, ich habe öfter Nackenverspannung, kannst du das auch hier hinten. Diese Bahn, die fängt ja am Hinterkopf an und geht dann seitlich rüber. Und das Gleiche machen wir jetzt auch auf der zweiten Linie, vom Brustbein beginnend seitlich rüber. Da bin ich das auf der Kamera sehr schrecklich jedes Mal. Da schaue ich aus, als ob ich ganz knallerrot wäre, wenn ich das mache. Und in Wirklichkeit sieht man kaum was. Ich glaube, die verstärkt irgendwie die Farben. Du musst also keine Angst haben. Mir platzt nicht gleich die Haut. Das ist nur eine ganz sanfte Rötung, so sollte es bei dir auch sein. Du willst keine blauen Flecken bekommen. Dann dasselbe. Auf der anderen Seite wieder mit dem Unterdruck. Die Linie vom Hinterkopf zum Angulo Superior des Schulterblatts und dann vom Angulo Superior. Hier rüber. Wenn du so ein Köpfchen nicht hast, ich habe es schon gesagt, dann nimm einfach die Finger und heb mit den Fingern die obere Hautschicht ab und erzeugt so einen Unterdruck. Und wenn das nicht geht, piegst du mit drei Fingern rein und drehst. Dann vom Brustbein unterm Schlüsselbein lang und nach unten. Und dann kreist deine Schultern richtig große Kreise. Um eine ganze Schultern-Nacken-Partie zu lockern, zu lösen. Vorne hoch, hinten runter. Komm dann auf deine Yoga-Matte und fang erstmal an mit Federn. Und lass deine Schultern ganz bewusst mitfedern. Auch wenn der Fokus heute Schultern-Nacken-Bereich ist und wir ins Allein mit eintauchen, soll es doch eine Yoga-Doc-Stunde sein. Das heißt, wir wollen den ganzen Körper mit in Bewegung bringen. Und Elastizität und Federn ist total wichtig, um Verletzungen zu verhindern. Hier jetzt wirklich gezielt auch im Schulterbereich diese Elastizität fördern. Dann ein Bein vor und zurück. Und mit den Armen gegengleich Federn. Andere Seite. Und Federn so, dass deine Schultern mitfedern. Und zwar nicht nur schwingen, sondern wirklich federn. Dann in der Frontalebene mit dem ersten Bein. Und auch hier wieder, lass die Schultern wirklich federn. Und nicht nur schwingen, sondern zeug wirklichen Federn in den Schultern. Andere Seite. Andere Seite. Und andere Seite. Und dann halbkreisförmig Federn. Und dann halbkreisförmig Federn. Und dann halbkreisförmig. Andersrum Federn. Also mit dem anderen Bein. Und versuch auch die Schulter wirklich mit ins Federn zu bringen. Und dann wieder aufrecht federn. Bewusst die Schultern auf und ab federn lassen, sodass sie so richtig runterfedern. Und du den Zug spürst. Im Nacken. Und auch an der Schulter. Und die Pasta lernen soll, wieder elastisch zu werden, um Verletzungen zu reduzieren. Und die Verletzungswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Dann geh in die Hocke. Feder in der Hocke. Gib die Arme auf und ab. Also die Hände auf und zu. Feder in der Hocke dabei. Und wenn du nicht hocken kannst, setz dich einfach auf den Po. Dann roll nach hinten. Und roll wieder nach vorne. Roll nach hinten. Und roll nach vorne. Und dann bleib am Rücken liegen. Streck die Beine und die Arme in die Luft. Und kreise mit den Handgelenken und Knöcheln. Spür die helikale Spannung über Handgelenke und Knöchel. Dann Knie 90 Grad beugen. Ellenbogen 90 Grad beugen. Und dann rotiere im Kniegelenk und im Ellenbogengelenk. Um Kniegelenk und Ellenbogengelenk gesund zu erhalten. Dann streck die Arme und die Beine in die Luft. Rotiere auch hier im Schultergelenk und Hüftgelenk. Und da sind wir schon an unserem Thema heute. Schultergelenks-Alignment. Wann wir in der typischen Ashtanga-Stunde das Alignment aufbauen. Aber Alignment alleine reicht in meinen Augen nicht aus. Die Muskelfaszienzüge, die müssen auch die Spannung überhaupt aufbauen können. Das heißt, wenn die Muskeln einfach nicht da sind, dann kannst du viel Alignment machen. Sobald du nicht mehr darauf achtest, bricht wieder alles zusammen. Und deswegen ist es auch wichtig, einfach diese rotierende Kraft über die Schultern, und das machen wir gerade hier, zu aktivieren. Und jetzt schieb diagonal, die eine Diagonale lang nach oben, die andere Diagonale in den Boden. Und jetzt schieb diagonal, die eine Diagonale in den Boden. Und spür, wie sich so dein Becken verformt, aber auch dein Schultergürtel verformt. Und drück richtig aktiv ein Schulterblatt in den Boden, während du das andere abhebst. Und wechsel die Seite. Das ist eine der wichtigsten Übungen für einen gesunden Schultergürtel, auch für ein gesundes Becken gleich mit. Das mag ich immer gerne. Ich mag gerne so Kombinationsübungen aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist der, dass es einfach sinnig ist, nicht nur einen einzelnen Muskel zu trainieren, sondern gleich einen Verbund, weil es Zeit spart. Wenn du einfach komplexe Schultergürtel und Becken gemeinsam trainierst, ist es natürlich einfach sinnvoll, anstatt zwei Übungen hintereinander zu machen. Die eine nur für das Schultergürtel, die andere nur fürs Becken. Und der zweite Grund ist der, weil sie sich auch gegenseitig fördern und ergänzen. Das heißt, es ist auch die Weise, wie unsere Faszien über Kreuz zusammenhängen, dass ich jetzt hier Schulter und Becken gleichzeitig trainiere, weil die beiden im selben Faszienverbund hängen und damit, wenn ich das eine trainiere, das andere gleich mit fördere. Also allein die Schulterblattbewegung fördert bereits den Beckenboden und umgekehrt. Und jetzt mache ich das Gleiche nochmal, nur ich drehe mich um, um 180 Grad, mache das in Bauchlage. Ich lasse den Rücken neutral und schiebe eine Schulterblatthälfte, Beckenhälfte lang und die andere ziehe ich zurück und dann wechsle die Seite. Und jetzt machen wir das gleiche. Vielen Dank. Und du solltest wieder spüren, wie dein Schulterblatt sich verformt und wie dein Becken sich verformt. Also ein Schulterblatt sich am Rücken, also das Schulterblatt selber nicht verformt, aber das Schultergürtel verformt, weil die Schulterblätter sich verschieben und das Becken wirklich verformt, weil das Bilosakralgelenk, im Endeffekt ist natürlich das Gleiche, weil das Bilosakralgelenk sich bewegt und das Schambein sich bewegt und ich hoffe, es wird langsam anstrengend. Wir gehen jetzt in den Vierfüßlerstand und du sinkst ein in den Schulterblättern und dann drückst du dich komplett symmetrisch raus. Du sinkst ein und du drückst dich raus. Für das Alleinen mit der Schulter brauchen wir nachher vor allem die Länge in der Schulter, also das Rausdrücken. Du sinkst ein und drückst dich raus für die Länge. Du sinkst ein und drückst dich raus für die Länge. Wenn das zu wenig anstrengend ist für dich, mach es in der schiefen Ebene, sink ein und drück dich raus. Sink ein und drück dich raus. Sink ein und drück dich aus. Wichtig ist beim Rausdrücken wirklich die volle Länge zu bekommen. Die meisten Menschen stoppen bei irgendwie der Hälfte. Also wenn du denkst, du bist schon rausgedrückt, drück nochmal ein Stückchen raus. Dann schieb dich in den Hund. Mach im Hund genau das gleiche. Sink ein, so als ob du mit dem Kopf zwischen den Händen zum Boden willst. Und dann schieb dich lang, so als ob du mit dem Po hinten hoch willst. Also nicht vor und zurück, das wäre vor und zurück, sondern wirklich lang und kurz mit den Schultern. Lang und kurz. Und kurz. Und kurz. Und kurz. Und dann knie dich nochmal ab. Jetzt gib eine Hand auf die Seite. Ich hoffe, es wird langsam anstrengend, hier so im Schultergürtelbereich. Gehst in die Seite, in die schiefe Ebene. Gerne auf dem Knie, wie ich es vormache. Sinkst ein in die Schulter und drückst dich raus. Damit du weißt, was du tust, empfehle ich, die andere Hand hinter den Rücken zu legen, ans Schulterblatt. Wenn du beweglich genug bist, dann spürst du, was du tust. Und wenn es zu wenig anstrengend ist für dich, geh ganz in die schiefe Ebene, auf den Füßen, wie ich es gerade vormache. Ich finde das gar nicht so leicht. Aber ich habe da echt ein bisschen üben müssen, um das überhaupt hinkriegen zu können. Und wenn wir Alignment üben, ist die Länge das, was wir wollen. In der Yoga-Haltung immer schulterlang. Dann wechselst du zur anderen Seite. Wieder kurz und lang. Und spür, wie dein Schulterblatt sich bewegt. Und vor allem, welche Muskeln bewegen dein Schulterblatt. Mit welchen Muskeln kannst du dein Schulterblatt in die Länge der Hand schieben. Das ist das, was wir brauchen beim Alignment. Und dann setz dich wieder ab. Jetzt noch die letzte Richtung. Nach hinten. Setz die Hände hinter dir auf. Beug die Ellenbogen ein bisschen. Und auch hier sinkt ein. Ich habe jetzt die Knie gerade gebeugt. Nachher werde ich sie strecken. Dann ist sie schwerer. Hier schieb dich lang. Sink ein und schieb dich lang. Sink ein. Schieb dich lang. Wenn du willst, streck die Beine. Sink ein. Und schieb dich lang. Spür, wie die Schulterblätter sich bewegen. Und vor allem, mit welchen Muskeln kannst du die Schulterblätter bewegen. Und dann stell dich auf. Baume deine Arme aus. Wie ein gelangweilter Schimpanse. Spür, wie das Gewicht des Armes am Schulterblatt zieht. Dann die andere Seite. Spür, wie das Gewicht des Armes am Schulterblatt zieht. Und dann klemm deine Ellenbogen nah an den Körper ran. Und drück jetzt gegen den Widerstand, dass der Luft nach außen und wieder nach innen. Drück nach außen, gegen den Widerstand der Luft nach innen. Das aktiviert die Rotatorenmanschette. Und wenn du merkst, oh, das ist ein bisschen arg leicht, dann nimmst du dir irgendein herumliegendes Gewicht. Ich habe jetzt hier meine Wasserflasche genommen. Ja, da nimmst du irgendwas, Kissen, Decke, legst dich auf die Seite, legst den Arm auch eng an und hebst es hoch. Das reicht, wenn das Ganze 500 Gramm ist. Mehr macht eh keinen Sinn. Ja, so 500 Gramm, ein Kilo, aber nicht jetzt irgendwie die richtig schweren Gewichte, sondern einfach irgendwas, was rumliegt. Ja, Fernbedienung vom Fernseher, falls du einen hast, oder irgend so ein kleines Gegenständchen. Dann rotierst du nach außen, dann spürst du hoffentlich den Infraspinatus hier hinten am Schulterblatt, der diese Außenrotation macht. Und wichtig ist, dass der Oberarm relativ zum Schulterblatt, an dem haben wir eben gearbeitet, in eine zentrierte Haltung kommt. Ich liege im Prinzip auf der Seite und dann wechsle die Seite und mach die andere Seite, wenn du die Übung im Stehen machst, das war ja eine Option, mach einfach mit schöner Konzentration weiter. Aus therapeutischer Sicht ist es wichtig, lieber mehr Bewegung, mehr Wiederholungen zu machen, mit weniger Gewicht, als wenig Wiederholungen mit viel Gewicht. Wenn du Bodybuilder in werden willst, brauchst du viel Gewicht und wenig Wiederholungen. Für die Gesundheit ist es aber gar nicht wichtig, dass du riesige Muskelberge hast, sondern da ist es viel wichtiger, dass die Muskeln, die du hast, gut durchblutet sind, gut ansprechend, gut ansteuerbar sind. Und da ist mehr Wiederholung, wie wir jetzt gerade machen, viel wichtiger. Das heißt, es ist nicht notwendig, das Gewicht zu steigern, zu sagen, nächste Woche nehme ich mehr Gewicht und übernächste Woche noch mehr, sondern einfach ein Gewicht, das du spüren kannst, dass der Muskel arbeitet, das spüre ich jetzt ganz deutlich. Und das reicht schon völlig aus. Dann tut dein Gewicht wieder weg. Wieder das selbe Ziel. Ich stütze die Hände vor meiner Yoga-Matte auf und wische jetzt mit den Händen innen und außen. Das geht nur, wenn dein Boden ein bisschen rutschig ist. Wenn der Boden Teppichboden ist, wirst du Schwierigkeiten haben. Wenn das zu wenig anstrengend ist für dich, geh in die schiefe Ebene und wird es gleich anstrengender. Und dann stellen wir uns nochmal auf, baumeln den Arm aus, diesmal wie ein Schimpanse, das heißt nicht nur das Schulterblatt wie eben, sondern auch das Schultergelenk selbst. Dann die andere Seite, baumeln aus und hoffentlich spürst du jetzt die gesamte Anbindung des Schulterblatts, super deutlich, aber auch die helikalen Phasen, die in den Arm gehen. Weil jetzt kommen wir zum Stehen. Schimpansenstand, Knie beugen, Po rausstrecken, Arm hängen lassen, sodass Raum entsteht unter den Armen, Ellenbogen gebeugt, sodass jedes Gelenk sich potenziell bewegen kann. Wir sind nicht an einem Punkt, wo irgendein Gelenk am Ende ist. Das ist ganz toll zum Starten für Alleinment zu spüren, jetzt mit der Einatmung. Stell sie dir vor, du spannst hier hinten die Schulterblätter auseinander, schiebst dadurch die Achselhülle vor, das macht der Saratius Anteure, der Muskel, den du hier vielleicht vorhin ein bisschen schön gespürt hast, in der Achselhülle. Mit der Ausatmung ziehst du die Achselhülle hoch Richtung Nase, sodass sich der Kreis vervollständigt. Einatmung hinten auseinander, die Achselhülle also vorschieben, Ausatmung, die Achselhülle vorziehen. Beide Seiten einatmen, Achselhülle vorschieben hinten, Ausatmung, die Achselhülle vorziehen Richtung Nase. Also eigentlich das Schulterblatt in die Richtung, aber wenn du in die Achselhülle denkst, bewegt sich das Schulterblatt mit, kannst du ausprobieren. Einatmen. Und jetzt nimm eine zweite Spannungsdinge dazu, und zwar von der Schulter einatmen, über den Oberarm diagonal nach innen. Und Ausatmung über die Oberarmrückseite hoch und raus. Also den Ellenbeugen. Mit der Einatmung schiebst du den Ellenbogen nach innen. Mit der Ausatmung ziehst du die Ellenbeuge nach innen. Ganz ähnlich wie bei der Achselhülle. Mit der Einatmung schiebst du die Achselhülle, schiebst die Ellenbeuge jeweils in die gegenläufige Richtung. Mit der Ausatmung ziehst du über die Oberarmrückseite raus, über die Brustvorderseite rein. Tiefatmen. Jetzt immer das, was so ein bisschen verwirrend ist bei diesem Alleinmung. Muss man sich hier reinfinden, ein bisschen ausprobieren, einatmen. Vom Angulo Supere, der Schulterblätter hinten raus, in die Achselhülle, schiebst du am Rücken auseinander. Ausatmung von der Achselhülle hoch, wieder zurück zum Angulo Supere an dem Schulterblatt, ziehst du das Schulterblatt in die Richtung, dass die Achselhülle zur Nase zeigt. Beim Arm einatmen, du schiebst über den Bizeps in Richtung des Ellenbogens. Mit der Ausatmung du ziehst über die Armerrückseite hoch und raus. Tiefatmen. Verbinde diese Vorstellung mit dem Atem, einatmen, rauschend einatmen, Schulterblätter auseinander, Oberarme nach innen, Ausatmung, Oberarme Rückseiten raus, Achselhülle Vorderseiten zur Nase. Und diese Vorstellung behältst du, während du den Sonnengruß machst. E-Kammer Einatmung, die Arme immer lang und gleichzeitig die Achselhülle schiebst du mit der Einatmung zur Nase, die Ellenbogen mit der Einatmung in die Gegenrichtung. Meistens ist es Richtung Bauchnabel. Das jetzt hier passt, also so zur Kleinfingerrichtung vielleicht. Na gut, kommt darauf an, wie wir die Hand drehen. Ausatmung, jetzt ziehst du den Arm hoch, sodass die Ellenbeuge gezogen wird Richtung Bauchnabel. Und ziehst die Vorderseite der Brust, dass die Achselhülle gezogen wird zur Nase. Einatmen. Schieb, Achselhülle zur Nase, Ellenbogen zum Bauchnabel. Ausatmen, geh in den Vierfüßlerstand. zieh die Ellenbeuge zum Bauchnabel, die Achselhülle zur Nasenspitze. Einatmen, Rückbeuge, schieb die Achselhülle zur Nasenspitze und die Ellenbeugen zum Bauchnabel. Und Ausatmung in den Hund. Schieb, Schulterblätter und Oberarme, sodass die Achselhüllen zur Nase gehen, die Ellenbeugen. Wie auch immer du das merkst, Bauchnabel merke ich mir immer gerne. Und Ausatmen, zieh die Schulterblätter, sodass die Achselhüllen zur Nase gehen und die Oberarme, die Ellenbeugen zum Bauchnabel. Nächste Einatmen, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände. Ausatmen, verneig dich, Hände zu den Ellenbogen. Einatmen, richte dich auf, berühr den Himmel über dir. Ausatmung, senk die Arme und spann den Nacken. E-kam, Einatmen, Dewey, Ausatmen. Trin, Gewicht auf die Hände ein. Chattvari, Ausatmen, in den Vierfüßler stattrunden. Pancha, Einatmen, in die Rückbeuge. Schattausatmung, schieb dich in den Hund. Eins, zwei, drei, vier, und fünn. Sabta, Einatmen, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände. Ashtar, Ausatmen, verneig dich. Nava, Einatmen, Samastitig, Ausatmen. Surinamaskara, B, E-kam, Einatmen, Knie beugen, Arme heben, die Arme immer lang, Dreh, Ausatmen, verneig dich, die Arme immer lang, Trini, Einatmen. Bewusst, wenn das Gewicht verlag ist auf die Hände, schieb die Schultern lang, Achsel, Höhren, Ellenbeugen. Ausatmen, Vierfüßlerstand, Schultern lang, heißt also zu den Ohren. Einatmen, Schultern lang, die Rückbeuge, das heißt also Schultern zum Po, weg von den Ohren. Ausatmen, in den Hund, Schultern lang, heißt also Schultern zum Ohren, linken Fuß, 45 Grad zur Seite, rechten Fuß zum rechten Hand, dann die Arme über diesen langen seitlichen Weg, auch hier seitlich, die Schultern lang, nach oben, und stets die Gegenspannung aufbauen, zwischen Ellenbeugen und Achselhöhen. Ausatmen, wieder nach unten, in den Vierfüßlerstand, runde, Rück. Einatmen, in die Rückbeuge, weite im Herzen. Ausatmen, schieb dich in den Hund, rechten Fuß, 45 Grad zur Seite, linken Fuß nach vorn, ganzen Weg nach oben, berühr den Himmel, über dir, wachs nach oben, ausatmen, ganzen Weg nach unten, in den Vierfüßlerstand, runde, Rück. Einatmung in die Rückbeuge, weite im Herzen. Ausatmen, schieb dich in den Hund und atme. eins, eins, drei, drei, vier, fünf, Fünf, einatmen, ganzen Weg nach vorne, Gewicht auf die Hände, Ausatmung, verneig dich, Hände zu näher, einatmen, ganzen Weg nach oben, berühr den Himmel, Ausatmung, senk die Arme, entspann den Nacken, dann noch einmal Surinamaskara B, einatmen, Knie beugen, Arme heben, Dreh, Ausatmung, Hände zum Ehlenbogen, Kopf bauen und lassen, einatmen, Gewicht auf die Hände, Schultern lang, Ausatmung, geh nach hinten in den Vierfüßlerstand, Schultern lang, Einatmung, Schultern weg von den Ohren, also lang, Ausatmung, schieb dich in den und linken Fuß, 45 Grad zur Seite, rechten Fuß nach vorn, spür, wie du die Arme lang bewegst, Schulterblätter, Ellenbogen, Ausatmung, wieder runter in den Vierfüßlerstand, Schultern lang, also zu den Ohren, Einatmung, Schultern lang und spür diese Gegenspannung zwischen Ellenbogen und Achselhöhlen, Ausatmung in den und rechten Fuß, 45 Grad zur Seite, linken Fuß zur linken Hand, Arme seitlich heben, Schultern richtig lang auf dem ganzen Weg, Ausatmung, wieder ganz den Weg nach unten, in den Vierfüßlerstand, Einatmung in die Rückbeuge, Ausatmung, schieb dich in den Hund und atme. Einatmung, zwei, drei, vier, und fünf, einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände, Fersen heben, Ausatmung, verneig dich, Hände zu den Ellenbogen, Einatmung, Knie beugen, Schultern lang, Ausatmung, streckt die Beine, sinkt die Arme, Padangustasen, E-Kam-Einatmung, Füße auseinander, Ausatmung, fasst die großen Zehen an, Einatmung, langer Rücken, und dann Ausatmung, Ellenbogen zur Seite, Schädeldecke, wächst nach unten, tief atmen, eins, zwei, drei, und bewusst mal die Schultern auseinanderziehen, die Achselhöhlen zur Nasenspitze mit der Einatmung von hinten, mit der Ausatmung von vorne ziehen, die Oberarme mit der Einatmung vorne über die Oberarme, Vorderseite, Ausatmung über die Oberarme, Rückseite, tief atmen, vier, und Padahastasen, E-Kam-Einatmung, Handflächen unter die Füße, Arme strecken, Dreh-Ausatmung, Ellenbogen zur Seite, Schulterblätter weit auseinander, kannst du mal das Gegenteil probieren, zieh mal die Schulterblätter heran, dann die Wirbelsäule, und dann auseinander, so spürst du, in welche Richtung du diese Spannung aufbauen willst, vier, und fünf, ein, schau zum Horizont, bleib hier für eine lange Ausatmung, Samastitig ein, und komm zum Stehen, Ausatmung, Vinyasa, E-Kam-Einatmung, Arme heben, Dreh-Aus, verneig dich, Trini ein, Gewicht auf die Hände, Chattwadi aus, in den Vierfüßlerstern, Pancha ein, in die Rückbeuge, Chatt aus, in den Hund, Arme lang, Zapta ein, komm in die Mitte der Yogamatte, Arsch da aus, verneig dich, Samastitig ein, und aus, Utita, Trikonasen, links vor, rechts zurück, großen Schritt, Fersen auf eine Linie, zieh die Leiste nach hinten, bleib erst mal oben, bereite die Arme aus, und mach mal bewusst die Achselhöhlen hoch, zur Nase, die Ellen beugen, entriegeln, also leicht anbeugen, und runter zum Boden, noch einmal Einatmung, und jetzt versuche diese Spannung, den Armen über den Atem zu behalten, zu aktivieren, einatmen, und ausatmen, noch einmal einatmen, und dann Ausatmung, rechter Arm geht nach unten, fasst die große Zehe, einatmen, blickt dem linken Arm hinterher nach oben, und tief atmen, und zwei, und versuche hier die Schultern bewusst lang zu geben, und über den Atem die Achselhöhlen gegen die Ellen beugen zu spannen, und vier, und fünf, einatmen, den ganzen Weg nach oben, drehe die Füße ganz bewusst, Arme ausbreiten, und dann zieh die Talie, die Leiste zurück, folge mit der linken Hand, nach unten zum linken großen Zeh, den rechten Arm hinterher nach oben blicken, und tief atmen, tief ein, und genauso tief aus, zwei, drei, vier, und fünf, Blick zum Boden, einatmen, den ganzen Weg nach oben, dreh dich zur rechten Seite, Füße breitbeinig stellen, Becken quer, Arme ausbreiten, und dann Ausatmung, geh in den Segelflieger, setz dann die linke Hand an der Innenseite des Fußgewölbes ab, sodass die Finger weg vom Fußgewölbe zeigen, das macht es nämlich leichter, die Achselhöhle auch wirklich so wegzuspannen, also hin zur Nase, und den Ellenbeugen trotzdem gegenzuspannen. und jetzt fülle diese Spannung mit Atem einatmen, Schulterblätter hinten, Richtung Achselhöhlen, Oberarme Vorderseiten Richtung Ellenbeugen innen, Ausatmung, Oberarme Rückseiten raus, Achselhöhlen Vorderseiten rein, und visualisier diese Spannungslinie. Auch wenn du nicht das Gefühl hast, da passiert was, stell dir diese Richtung einfach vor. und fünf Blick zum Boden, einatmen, ganzen Weg nach oben, Füße drehen, Becken quer, Arme ausbreiten, und Ausatmung, geh in den Segelflieger, dann setz die rechte Hand an der Innenseite des linken Fußgewölbes auf, gib den linken Arm nach oben, und atme tief und vollständig, eins, zwei, drei, vier, und Blick zum Boden, fünf, drehen die einen, den ganzen Weg nach oben, Füße drehen, die Fersen auf eine Linie, Achselhöhlen nach oben, Ellenbeugen nach unten, wir bleiben auch hier wieder ein paar extra Atemzüge. Und diese Spannung in den Schulterblättern zu spüren. Ganz oft kannst du mal spüren, so die Tendenz, dass Menschen die Schultern so hochziehen, schieb sie wirklich bewusst lang, und auch so eine Tendenz ist oft, dass die Schultern vorfallen, sie bewusst die Achselhöhlen hoch, aber gleichzeitig die Ellenbeugen entriegeln, zum Boden, noch einmal Einatmung, Ausatmung, komm zum Stehen, führen, Minyasa, Einatmung, Arme heben, bewegt die Schultern, die Flügel vom Rücken beginnend mit, Ausatmung, verneigt dich, Hände zum Ellenbogen, Einatmung, Gewicht auf die Hände, Fersen heben, Ausatmung, in den Vierfüßlerstand, runden der Rücken, Einatmung in die Rückbeuge, weit im Herzen, Ausatmung, schieb dich in den Hund, die Arme lang, also nicht weg von den Ohren, die Schultern, sondern lang, Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände, Ausatmung, verneigt dich, Samastit ein und Ausatmung, nochmal eine Haltung, vielleicht die wichtigste Haltung für Schulteralleimung, Utita Paschva Konasana, linken Fuß vor, rechten Fuß hinter, rechtes Knie beugen, der hintere Fuß ist eingedreht, die Leiste nach innen, das rechte Knie zeigt in die Richtung des rechten Fußes, du breitest die Arme aus, Einatmung, und bleib erstmal hier oben wieder stehen, hier ist es ja nicht so leicht, wie es ausschaut, die meisten Menschen, wenn sie nicht aufpassen, drehen den hinteren Arm so ein, dann fällt die Schulter vor, also bewusst auch mit dem hinteren Arm, rotiert das Schulterblatt so, dass die Achselhülle hoch zeigt, und der Ellenbeuge trotzdem runter, nochmal Einatmung, und jetzt mit der Wehausatmung, den rechten Ellenbogen aufs Knie aufstützen, oder wenn du willst, die rechte Hand an der Außenseite des rechten Fußes, am Boden, den linken Arm unten rüber in Verlängerung, der Flanke, der Abstand, der Schritt ist dann richtig groß, wenn du die obere Körperseite in der geraden Linie bringst, die Achselhülle zum Boden, Daumen leicht nach oben, und jetzt hast du zwei Arme in unterschiedliche Richtungen, deswegen finde ich es so spannend, den rechten Arm schiebst du lang, und den linken auch, aber in unterschiedliche Richtungen, und dann füll diese Länge mit der Atmung für die Gegenspannung, tief ein, und genauso tief aus, vier, und fünf, Blick zum Boden, einatmen, ganzen Weg nach oben, Füße drehen, linken Fuß, zeigt nach vorne, rechten Fuß ist leicht eingedreht, Leiste nach innen, Knie in die Richtung des Fußes, Arme ausbreiten, Achselhöhen nach oben, vor allem wieder den hinteren Arm überprüfen, Ellenbeugen zum Boden, Atme tief, noch einmal Einatmung, und dann Ausatmung, jetzt gibt die linke Hand, Ellenbinder, den Ellenbogen aufs Knie, oder die linke Hand auf den Boden, wichtig ist, wir wollen eine Verlängerung der oberen Körperhälfte haben, und dann den rechten Arm von unten in die Länge schieben, beide Arme lang, den linken Richtung Boden lang, den rechten diagonal lang, tief atmen, drei, vier, und Blick zum Boden, fünf, Pancha einatmen, den ganzen Weg nach oben, Füße drehen, sodass Sie komplett nach rechts zeigen, wieder Schritt breitbeinig, Arme ausbreiten, und dann die Weh-Ausatmung, mein Vorschlag, rechte Hand aufs rechte Knie, linken Arm übers rechte Knie drüber, gib dann die Handflächen zusammen vom Herzen, drück die Hände gegeneinander, verwurzel ein hinteres Bein wieder, sodass die Fußaußenkante den Boden berührt, aus dem linken, jetzt dreh dich über die rechte Schulter, und je mehr du die Hände vorne gegeneinander drückst, desto leichter ist es, den Rücken zu weiten, Achselwürgen zur Nase, Ellenbeugen zum Bauch und Nabe, tief atmen, vier, und fünf, Blick zum Boden, einen ganzen Weg nach oben, Füße drehen komplett, breitbeinig, Becken quer, Arme ausbreiten, und dann Ausatmung, linke Hand aufs linke Knie, rechten Arm, übers, linke Knie drüber, Handflächen zusammen, Blick über die linke Schulter nach oben, drück wieder die Hände gegeneinander, sodass du so eine Rückbeuge erzeugen kannst, in der Brustwirbelsäule, verwurzel dein hinteres Bein, füll die Spannung zwischen Schulterblatt und Oberarm mit Atem, fünf, vier, und fünf, Blick zum Boden, einatmen, ganzen Weg nach oben, Füße drehen, Arme ausbreiten, Achselhüllen zum Himmel, Ellenbeugen zum Boden, sammarsitzig ausatmen, komm zum Stehen, Vinyasa, ikam einatmen, Arme heben, dwee Ausatmung, verneig dich, Hände zum Ellenbogen, Schultern lang, drin die Einatmen, wenn du Gewicht auf die Hände bringst, wirklich die Schultern lang werden lassen, Ausatmen, in den Vierfüßlerstand, Schultern lang, Einatmen, in die Rückbeuge, Ausatmen, in den und rechten Fuß, für Anjaniasen, nach vorne, linkes Knie aufstützen, linken Arm nach oben, rechten Arm nach unten, verlängere die Schulterblätter in Richtung des Arms und wenn du willst, kannst du die Hände hinter dem Rücken zusammengeben, neig den Kopf nach rechts, warum das Schulterblatt sich nicht richtig mitbewegt, oder weil das das Schulterblatt sich nicht richtig mitbewegt, ist die Ursache für die meisten Schulterverletzungen und warum das passiert, ist, weil entweder die muskuläre Führung des Schulterblatts nicht stark genug ist, die haben wir vorhin ganz viel geübt, oder ein Muskel, den spürst du jetzt gerade, der Levateskarpule verhärtet ist oder auch andere Muskeln verhärtet sind, aber der von am häufigsten, den spürst du im linken Nacken und dann löst den Griff, Hände aufstützen, einatmen, vorheben, ausatmen, vier Füße verstanden, runde, einatmen, in die Rückbeuge, weite im Herzen, ausatmen, in den Hund, den linken Fuß nach vorne, rechtes Knie aufstützen, wieder einen großen Schritt, spür, Dehnung in beiden Beinen, rechten Arm nach oben, linken Arm nach unten und versuch dann auch hier die Hände hinter dem Rücken zusammenzugeben, neig den Kopf nach links jetzt und tief atmen, spür die Dehnung in beiden Beinen, aber vor allem jetzt auch im rechten Nacken, also seitlich, der Levateskarpule. der, der ist wichtig zu dehnen, damit, wenn du den Arm hebst, dein Schulterplatz sich eben mitbewegen kann. Vier und fünf, dann nochmal einatmen, Hände aufstützen, ausatmen, einatmen, pro Hebel, ausatmen, innen, Vierfüßlerstand, runde Rücken, einatmen in die Rückbeuge, weiten Herzen, ausatmen, schieb dich nach hinten, in die Position des Hundes. Wir machen nochmal eine Runde an Janiasen, rechten Fuß nach vorne, linkes Knie aufstützen, rechte Hand fasst aufs rechte Knie, linke Hand an die Innenzeit des linken Fußes, mit ordentlich Abstand, Fingerzeichen weg vom Fuß, dreh dich über die rechte Schulter nach oben und wenn du möchtest, kannst du auch den linken Ellenbogen aufstützen und mit der linken Hand dein rechtes Knöchel anfassen und mit der rechten Hand hinter dem Rücken den linken Fuß anfassen. Dreh dich über die rechte Schulter und atme tief ein und genauso tief aus. Zwei Drei 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 Und fünf, Ausatmung, Hände aufstützen, einatmen, Po heben, Ausatmung in den Vierfüßlerstand, runde, einatmen, in die Rückbeuge, weit im Herzen, Ausatmung, schieb dich in den Hund, linken Fuß nach vorne, rechtes Knie aufstützen, rechte Hand so, dass die Finger weg zeigen vom linken Fuß, dreh dich über die linke Schulter nach oben, aber wenn du möchtest, kannst du auch den rechten Ellenbogen auflegen, das linke Knochen fassen und mit der linken Hand hinter dem Rücken den rechten Fuß fassen, tief atmen. Zwei, drei, vier und fünf, dreh dich nach vorne, Hände aufstützen, Einatmung, Po heben, Ausatmung, geh in den Vierfüßlerstand, runterrücken. Einatmung in die Rückbeuge, weiten Herzen, Ausatmung, schieb dich nach hinten, in die Position des Hundes, lange Arm. Wir gehen in Badakonasen, Einatmung, komm nach vorne zum Sitzen, Ausatmung, setz dich ab, gib die Fußsohlen zusammen, so nah wie möglich an der Hüfte, pass mit den Händen von vorne und das Knöchel, sodass du die Fersen gegeneinander drücken kannst. Zwei, drei, feste die Fersen gegeneinander drücken. Vier, im Ideal verspürst du durch den Druck der Fersen die Öffnung in der Hüfte. Was hat das mit den Schultern zu tun? Klar, alles hängt im Körper zusammen, die Hüfte und die Schultern ganz besonders. Aber es geht dir jetzt auch nicht nur ausschließlich um die Schultern, aber du kannst das alleine in den Schultern, auch hier fortsetzen, Schultern lang, Achselhöhlen zur Nase, Ellenbeugen zum Bauchnabel. Über den Atem geführt, nochmal Einatmung, dann mit der nächsten Ausatmung, neig dich nach vorne, so als wolltest du, mit deinem Bauchnabel die Fersen berühren. Tief atmen, drei, vier, fünf, nächste Einatmung, richte dich auf. Ausatmung, bleib hier, zieh dich klein zusammen, Vinyas, Einatmung, Vorheben, Ausatmung, geh in den Vierfüßlerstand, Schultern lang, Einatmung, in die Rückfolge, weiten Herzen, Ausatmung, in den Hund, Urdva Dahanurasana, Einatmung, komm nach vorne, Ausatmung, leg dich ab auf den Rücken. Einatmung, platziere die Füße nahe neben der Hüfte, die Arme wie Kakteen, nächste Einatmung, heb die Hüfte hoch, sodass du eine Dehnung vorne an der Hüfte spürst. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt diese Schulter allein, das wir die ganze Zeit aufgebaut haben, auch testen unter Belastung. Dafür gib die Hände neben die Ohren, sodass die Finger nach außen zeigen, das machst du die Schulterblätter leichter, so zu rotieren, dass die Achsel zur Nase zeigt. Oder spannt, und dann kannst du dich hochheben in die Handstandbrücke, wenn du möchtest. Tief atmen. Und zwei Und drei Und vier Und fünf Und dann letzte Einatmung, dann Ausatmung, senke dich ab. Nimm ein bisschen Schwung, roll nach oben, die sitzende Vorwärtsbeuge, zieh die Sitzbeine nach hinten außen, fass mit den Händen nach vorn, Schienbeinen oder sogar den Füßen, nochmal einatmen. Und dann versuch mit dem Hinterkopf Richtung Zehen zu spannen, das heißt der Rücken darf ruhig rund werden, aber du willst die Knie so weit beugen, dass die Rippen trotzdem die Oberschenkel berühren. Genieß den Atem. Der jetzt auch in den Rücken fließt und was machen die Schultern? Dann kannst du die Schultern bewusst weit machen. Achselhöhlen zur Nasenspitze, Ellenbeugen, die Gegenrichtung. Ausatmen, zieh die Ellenbeugen über die Oberarmrückseite und die Achselhöhle über die letztendlich Brustseite. Ausatmen, tief atmen, tief atmen, vier und vier. Einatmen, Kopf heben, ausatmen, bleib hier, Vinyasa. Einatmen, lüft. Ausatmen, geh in den Vierfüßlerstand runter. Einatmen, einatmen in die Rückbeuge, ausatmen in den Hund, bleib hier, knie dich dann ab. Shavasana, beziehungsweise die Schlafende Sphinx. Tolle Übung, gerade für verspannte Nacken, für Schulterprobleme. Über Bolster ist auch ziemlich cool. Jetzt habe ich mich heute für die Schlafende Sphinx entschieden. Das heißt, mein Vorschlag, stütze die Ellenbogen unter den Schultern an. Wenn das nicht passt, kannst du natürlich auch, wenn du die Übung kennst, mit Bolster die Übung machen. Ansonsten Ellenbogen aufstützen, zieh dich lang, sodass die Schultern auch vor den Ellenbogen sind. Lass den Kopf hängen. Lass einfach los. Spür, wie du durch das Loslassen, durch das Entspannen gerade im Nacken schmelzen kannst. Je mehr du loslässt, desto mehr stehen die Schulterblätter ab und du spürst diesen passiven Zug auf den Nackenfaszien. Die einerseits hoch geht bis zum Kopf. Die infringen, die literally die Schulterblätter ab und du bist zum Kopf. Die Übung ist super simpel, je mehr du loslässt, desto mehr wird sich einstellen, wird entstehen. Entspannung ist so natürlich, du legst dich einfach hin, lässt los, tust nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Von hier aus zieh dich nach hinten in die Stellung des Kindes, lass die Ellenbogen dabei vorne, um passiv wieder den Rücken lang zu ziehen und die Schulterblätter gleich mit. Und dann richte dich auf, dreh dich zu mir. Für eine Atemübung zum Abschluss, nimm dir gerne ein kleines Kissen, dass du bequem sitzt für die letzten zwei Minuten. Roll die Zunge, Shitali. Und atme gegen Widerstand ein. Wenn du eingeatmet hast, halte an. Nicht zu lang, bis zwei oder bis drei zählen. Und dann ganz, 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 ganz langsam Atme aus. Shitali. Das ist eine beruhigende Atemübung. Das ist eine beruhigende Atemübung. Das ist eine beruhigende Atemübung. Und dann ein lieber aufsti theoer�este, sharpsymifikat. Überhaupt. Das ist ein beruhigende Atemübung. Und dannurous Sei glaube ich, es ist ein paar Ä cub. Das ist eine beruhigende Atemübung. Und dann geht es im Moment. Shitali, und deswegen mache ich das jetzt hier auch am Ende mit dir. Reduziert den Blutdruck, reduziert, wenn er zu hoch ist, reduziert die Herzfrequenz, wenn sie zu hoch ist, verbessert die Herzfunktion und erhöht die Herzratenvariabilität. Das heißt, das ist definitiv eine Atemübung, die wert ist, geübt zu werden. Das heißt, das ist eine Atemübung, die wert ist, geübt zu werden. Das heißt, das ist eine Atemübung, die wert ist, geübt zu werden. Das heißt, das ist eine Atemübung, die wert ist, geübt zu werden. Aum. Aum. Und wenn du dich auch wirklich interessieren. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, ein Klick und ich lächle, das ist das Thumbs-up-Klick. Und wenn du hier dabei bist, mitgeübt hast die ganze Stunde, gehe ich eine Wette mit dir ein. Ich lade dich 14 Tage ein in die iCommunity und ich wette, du wirst dort viel Freude haben, weil da andere Yogis auf dich warten, die genauso enthusiastisch sind wie du. Ich freue mich, dich dort wiederzusehen. Namaste. Ich freue mich. 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 Ich freue mich.